Machen Sie sich locker! Ja, und Arme in die Luft! Aber weiter tanzen! Und Hände schütteln! Moment! Näher! Stopp! Entschuldigung, Entschuldigung! Ich kann keinen Körperkontakt haben! Warum? Ich habe eine Form von Autismus genannt, Asperger-Syndrom. Müssen Sie heute noch unterrichten? Nein. Ja gut, dann trinken wir ein Glas Wein. Lieber nicht, Wein hat 14% Alkohol. Ich habe etwas Schwächeres. Was Stärkeres. Okay, dann Whisky? 40%! Ja, gerne! Und jetzt, jetzt streife ich ganz vorsichtig Ihre Handinnenfläche. Bereit? Okay. Wie war das? Keine Ahnung, habe ich auf die Lippen gebissen. Darf ich Sie berühren? Das tut herrlich weh. Ebba, du redest Unsinn! Woher willst du das wissen, wenn du verrückt bist? Bin ich nicht! Mein ganzes Leben ist eine Lüge und jetzt bin ich auch noch eine Tänzerin, die nicht tanzen kann. Ich glaube auch manchmal, ich wäre niemand, wenn ich nicht unterrichten würde. Ich esse allein im Restaurant. Am Wochenende putze ich zweimal täglich meine Wohnung. Liebe Walt Disney Filme, aber allein kann ich nicht ins Kino gehen. Das macht die Eltern dort nervös. Du bist ein wunderbarer Mensch. Und irgendwann wirst du eine finden, die das auch sieht. Du wirst sie glücklich machen und sie dich. Aber du bist es nicht. Nein. Wie kannst du da so sicher sein, wo ich doch genauso sicher bin, dass du falsch liegst? Du bist ein wunderbarer Mensch. Da willst du nicht allein sein. Nein. Ich will nicht allein sein. Ich will nicht allein sein. Danke. Applaus Vielen Dank.